hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft together mit dem hannes und mir ich denke wieder fast mir dem hannes gesagt der kann übrigens auch hallo sagen hallo fröhlich ist hallo ich hab schon so geatmet ja immer kurz hier ein bisschen ich habe auch gar keinen bock wir müssen holz eichen holz warme nein ich will nicht ich hole ich muss ich komme auch mit übrigens im keller ist doch holzgäste das weißt du ja das ist nicht viel oder ich weiß nicht doch reichen heute haben wir nicht so feuer steckt steckt ja haben wir noch aber reicht das ich komme kurz ein bisschen eis und ich wünsche dass ein parker zauberer timber ist hier irgendwie man schon ein bisschen verwöhnt durch die ganze flache aber ich finde es ich finde es auch ein bisschen zu blöd manchmal timber ja weil du kannst ja keine normalen hauspläcke abbauen und das finde ich zum bisschen blöd ich glaube bei der mod für singleplayer kam noch c oder so drücken dann ist das aus scheiß ich bin so blöd ich sag mir so mein achs ist bald kaputt und brauchen wir erstmal der spitze ich bin gar nicht leise keine ahnung konzentriert kann man sich nicht nennen aber ich bin total konzentriert haha geht ja gar nicht ich frage mich warum ich denn so viel müll dabei habe ich ich habe immer zwei bogen was du weißt das hat gegen die tschuldigung sie sind im begriff zu wissen nein warte sie sind sie sind sie sind sie befinden sich im wissen dass bogen ein falsches plural vom wort bogen muss ach scheiße ich kann es nicht so behindert ausdrücken nicht behindert für alle die so reden thomas hä welchen top oma hat du den einen thomas aus unserer klasse diesen einen mann sie ist naja thomas man sieht ein total cool let's player ja genau den hallo hat das schaut wer schaut es nicht nicht kein asi dort nicht mal eric ich weiß nicht hier haben wir nur hier umgefragt wird das hier schaut wir haben es auch schon lange wer das schaut schreibt in die kommentare hannes gehen wir nacht schlafen oder natürlich die settings werden gespeichert oder die nacht seine ahnung auch und auf unserem haus ist ein endermal und ein skelett und auf das gelett das gelächter nicht unterschieden der ist auf uns im dach jetzt gelächter hier unterschießen guck da ist er aber kommen gehen da rein wir können nicht schlafen in garantiert schlafen genau probieren deswegen ist aus hast du zu probieren geht über studieren geht nicht der schau hörst du es ja ich höchst und so nachher ist das was ich brauche mich an der seite von haus ob du willst du das dach aufreißen das von mir so schön jetzt und du war es ist ein zweiter jockey nein 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 scheiß tür die gehe nicht auf da oben ist unser hau ich will nur so dach ausleucht hast du fackeln dabei dach ausleuchten oder natürlich sonst spontan wieder was gehört was so klingt ein kampf mit einem kreis das kreis nicht dann hast du bestimmt staub gemacht alter jetzt so viel zombies ja komm ich überlebst du ich muss einfach nur ep einsammeln ok das lied darf ich überspringen ups danke fertig dach ausgeleuchtet nö oh die ist schnell schlafen bevor jemand kommt alter tschuldigung oder ist ein zombie gewesen ich kann schlafen ja aber das bringt ja wenig ist ja gut oh schon wieder so ein bisschen geatmet du kannst es nicht lassen hannes oder na du musst die ganze zeit machst du auch scheiße so war es doch fertig geworden ein wenig glas ich will mir die ep abholen die ep abholen im grieber und unterdrücke eine ep ein bisschen was schießt kurz im kripper ab ich helfe dir hilfe gerne geschehen danke da ist noch ein creeper so wo hier hinten wir züchten übrigens keine creeper löcher Tim oh alter das war knapp das hat bei mir genau in dem Moment geleckt als ich der creeper fasst selbst naja das augenlicht nam alter sterb ich an so einer kack spinne ich finde das witzig ich würde schnell sagen wenn du weißt das ich finde das genauso witzig ah creeper scheiße wie kann man kakteen nochmal schnell abbauen mit einer axt nein nicht mit einer axt kakteen nicht aber jetzt ich verliere hier die ganze zeit die ganzen kakteen items weil die scheiß kakteen die gerade noch so ey alter bei uns sind wir creeper das sehr grausam deswegen muss ich mich jetzt die ganze zeit hier an kakteen stellen ja so brausam finde ich es ja auch nicht wirklich also doch ich habe es grad drei skripte das ist doch ich ich bin so führt meine Pfeile und es sind meine Pfeile im next leer welche Pfeile hab ich eigentlich noch acht Mensch ich hab schon keine Schuhe mehr ich hab noch 19 Pfeile also sind langsam wenige ich muss kurz gucken Sepplings hier Seppling 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 nein nein Seppling ähm wir müssen ein bisschen was da Alter wir treffen wieder lautstärke oh tut mir leid das ist einfach nein dafür gibt es keine Entschuldigung nein Scherz das klingt grad schon so geschockt ja total ja das hat man ja gehört mhm warum weil ich auch so viel gesagt habe während der Zeit ne ja genau das meine ich ja da ist so mit offenem Mund da sah es sah saugeil aus einfach stimmt einfach unbezahlbar du weißt ja grad nicht einfach unbezahlbar unbelievable und willst du jetzt nicht ein Lied singen? hä warum ne ja grad ist schlecht meine Stimme ist derzeit nicht so achso ja daran liegt sonst würde ich ein super Sänger ja eigentlich schon wenn du wolltest du Tim ein Singvideo hochlädt dann ein Singvideo? ist es dein Ernst? ein Video wo Tim singt sein Lied sein eigenes also das ist echt total lustig dann schreibt's schreib du es in die Kommentare du Thomas oder Eric ich schick euch das Video weißt du ich bin hier grad so und kill so ich kill grad so ein paar Schafe dann lauf ich da so rum und dann steht da plötzlich so ein Wolleblock einfach so im Wildnis rum stehen da hat man ein Schaf schon gesehen dass ich komme hat's lieber abgegeben ja weil du auch so unglaublich böse bist na mit zwei Schlecken kill ich die ne also ich bin schon richtiger aber böser ne aha genau du du ich hilf du war nicht ja 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 so ist es abgelaufen ja 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 du bist so leise na ja so ist es ne in dem Schlafzimmer die Wand schaut jetzt richtig schön aus ich glaub das ist heute die letzte Folge die wir aufnehmen ist es? ja ok ja sagt uns vorbei ist ne ja ja die kacke endlich weg ist es was würd ich grad machen ach genau ich wollte die Ding anfangen Klaus-Gewick-Series achso du baust ein Gewächshaus dann lass doch ein bisschen Platz für Dings weißt du fürs Dingshaus fürs Lagerhaus ja ja mach ich ja ja mach ich so wie komm ich jetzt hier zurück das ist ein bisschen kacke wenn ich jetzt nicht mehr zurückkomme ja ja find ich auch es gibt ein TP ja gibt bestimmt klar gibt es das ja ich weiß auch gar nichts mehr über Minecraft ey ich weiß ja nicht ob es das hier auf dem Server gibt da weiß ich ja wesentlich mehr ja wunder ja ich weiß okay ich brauche echt komisch ist du auch ein Eimer wie ich dort laufe wahrscheinlich wäre ich dann so blöd und würde dich hierher tippen das würde so gut zu dir passen ja jetzt nichts gegen dich schon ist du weißt ja nein nein naja na so ist es halt man kann ja nichts dagegen tun ja weißt du wie wir so ach das ist noch ein Lavasee kann ich jetzt mal bitte was sagen hier ist ein Lavasee weißt du noch wie wir früher im Minecraft dann irgendwie immer so erst mal als wir wir hatten ja früher hatten wir also der Hannes und ich äh ich hatte die Idee grundsätzlich so Zigeuner zu spielen also wir sind haben uns kein festes Haus gebaut sondern im Peaceful Modus immer irgendwo rum gewandert ich habe früher immer im Peaceful Modus gespielt weil ich ein bisschen Angst vor Monstern hatte ja ja klar daran Angst deshalb bin ich auch auf gewissen Servern wo wir gespielt haben immer in der normalen Welt äh Farmen scheiße ich komme echt nicht mehr zurück Farmen gegangen du bist ein Idiot an das Gott ey so blöd nicht doch 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 ich finde irgendwie so weit so weit bin ich doch gar nicht gelaufen soll ich dir vielleicht helfen nein ich habe eine gute Technik wie man da aufhelfen kann Slash TP Slash kill Slash kill ah ok er hat eine andere Rechnung an das du teleportierst dich jetzt nicht du findest das manuell ja hoffentlich so schnell ja nein eigentlich nicht garantiert schon nicht ähm ja gut in welche Richtung ich könnte einfach zurücklaufen und dann den Weg den ich gekommen bin wieder zurücklaufen aber das ist natürlich uncool wo bist du denn überhaupt weiß ich nicht in dem Wald stimmt ja du weißt ja nicht wo du bist ich weiß ja nicht ob das unser Wald ist hier ach du bist holzfällen gegangen ja dann bin ich mir wieder zurück gekommen ja das mit das weiß ich schon alles scheiße hier ist ein Strand ne das ist echt peinlich ich komm nicht mehr zurück Tim ich komm nicht mehr zurück Tim ich lauf nochmal zurück und guck ob ich nochmal zurückkomm mhm das hilft bestimmt mhm ähm haben wir noch was zu sagen Hannes warum weil wir irgendwie so leise sind die Folge ist nicht zu viel erzähl 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 mal was ähm ok also also früher mal da wo wo Arme noch Beine hatten haha ich erzähl lieber nichts zieht doch so nicht die Aufnahme wahr ha bitte wir nehmen uns jetzt bestimmt schon zu lange auf oder nein wir nehmen 13 Minuten erst auf ja eben das ist nicht so lange die Folgen sollen eigentlich 20 Minuten lang sein merkst du nicht dass ich dann sagen muss ich jetzt keine Zeit mehr haben doch merk ich aber ich will dich irgendwo in der Druck setzen bin ich denn jetzt hier hingekommen ich bin irgendwie neben unserem Haus und irgendwie von der weißt du ich bin von der komplett anderen Seite bin ich losgegangen hä hä jetzt bin ich hier hinten bei unserem großen Fenster ja du bist gar nicht von der anderen Seite losgegangen du bist einfach von da los weißt du nicht mehr nein ich bin nicht von da losgegangen natürlich nein das ist ein Lügner auf welchem Schwierigkeitsgrad spielen wir dass ich so viel Hunger habe easy echt sollte es sein oder normal ich weiß es nicht immer zum Essen mal nein sehr gut wo hast du nur Melonen ja ich hab die Felde hinten abgebaut die fällt was hast du noch genug hä ich hab noch die Hälfte von dir also die Hälfte das Doppelte von denen was ich dir gegeben habe vielleicht sollten wir ein paar Millionen Samen machen nein nicht das Doppel halt insgesamt ich hab noch welche dabei Meloncees ähm du machst das hier ganz außen rum nur Glas das sieht dann ein bisschen arg hässlich aus ne brauche ich das gleich wieder ab ein Moment man versteht dich nicht Johannes nicht? nein du bist sehr leise gewesen lelelelele red mal was hallo so Hannes wir haben jetzt dank dir 24 Glas verloren was stellst du vor? hast du das ganze Glas wieder abgebaut? ja was soll ich so boah alter bist du blöd 5 die war schon oder nein da hat das nicht mal das man hat das machen das ist klar ich habe Angst dass es hier irgendwie so mitnehmen er hat eine tolle Idee nein geh weg schau mal Hannes wenn ich jetzt hier was hinsetze dann läuft es automatisch in die Richtung erstaunlich boah das ist ja hässlich ey ein Scherz halt 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 hier geht es noch weiter hier geht es noch noch ein Feld weiter na gut dann macht es aber so dass es schön passt weißt du dass jeder dritte Block hier sowas ist 1 2 3 4 1 2 ja das Feld kann ja eh nur 4 langer 4 breit sein uns reicht das Wasser nicht was was für einen Scheiß mache ich gerade bitte scheiße das passt nicht da machen wir es eben so der Rest ist dann übrigens Glas aber du kannst Glas Scheiben nehmen übrigens dafür ja das ist eine sehr gute Idee das spart natürlich spart sonst würden wir keine Glas Scheiben nehmen machst du dann so weiter hier ja wie also nicht weiter als hier bitte ha achso ja ja hier sollte ja eigentlich auch nur das muss ich jetzt aber eh noch nicht machen weil ich nicht genug habe ich noch ein Koppel mehr gut machen lassen wir uns für die Folge ja wir sind ja gut für das Folge ich sehe es nicht so übrigens auch noch so Slapsen tun ne ja ja mach ich ich gehe schon mal ins Haus und dann schlafen wir so am Ende der Folge so episch Scheiße was warum hast du den warum sollte auch ein Creeper der da hinten ist auf dich abgefahren sein Spaß muss ich habe ich einen Pfeil verschossen ja und musst du wieder einsammeln gut hab die meisten wieder aber ich habe noch 16 Pfeile heul doch nein nein Herbert ok warum ich auch immer bei heul doch jetzt schwul werde schade du ziege Hannes schau mal findest du es nicht auch schön uah das habe ich erst jetzt gemacht ey nein ich war nicht wehe du baust was ab was mache ich denn gut das war es mit der Folge bis zum nächsten Mal tschüss tschüss das war so klar das war Rache das war Rache ja ja ich sage noch nichts dagegen ja ja ich sage nur dass es klar war tschüss tschüss ja tschüss 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 tschüss